Meine bezaubernde Assistentin überreicht euch jetzt eine Auswahl an Kalendern. Was hat deine Anfora? Nicht viel, Jessie. Hier werde ich beweisen, dass es möglich ist, ein Foto aufzunehmen, dass die körperliche Schönheit reifer, menschlicher Form feiert, ohne schamlos zu sein. Ein Künstler, der sieht keine nackte Frau. Der sieht einfach nur eine Form der Natur. Stimmt doch, Lawrence. Also dann. Los. Ja. Halt! Andere Seite. Ich habe ein Tattoo. Was geht euch das an? Ist das der Name von einem Kerl? Lass mich gefälligst. Das sind sieben Stück und alle durchgestrichen. Okay Mädels, ganz ruhig. Ich verspreche euch, es wird nicht lange dauern. Sobald die Kamera läuft, zieht ihr euch aus. Wir drehen ein paar Takes und fertig ist der Spot. Okay? Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ruth, du bist der Superstar! Los! Bingo! Bingo! God save the Queen, God save the Queen. Santa Victorious, Happy and glorious, Come to the day of the world, God save the Queen. God save the Queen. Now if you have the Queen, damit es geht euch, Happy and glorious. We will go to my morte. So how would I get it? To the day of the world. Also, we will go to the world. We will go to our California. Vielen Dank.